Ich bin hier im Iran, das ist der siebte, öelfte und ja, das ist der Wahnsinn. Also die Leute sind sehr freundlich und ja, gastfreundlich. Sie haben sehr Freude an Touristen, weil sie nicht so viele Touristen haben. Und wenn sie mit ihr reden können, ja, sie haben einfach eine Riesenfreude. Es macht richtig Spass. Wenn man fährt eh mit dem grossen Touristen, hier in Iran kann man nicht so grosse Touristen fahren. Das grösste ist 250 Kubik. Und dann fällt man eh auf. Und alle winken einem zu einem, dass man anhaltet und redet. Obwohl Englisch ist, ja, können die Leute nicht so gut. Weil ja, sie haben mir auch gesagt, ja, wieso sollten sie. Sie kommen eh nicht aus dem Iran, auch wenn sie möchten. Ähm, Visas zu bekommen für andere Länder ist, ist sehr schwierig. Und ja, dann macht es auch wenig Sinn, wenn sie das Land eh nicht verlassen können, Englisch zu lernen. Ja, auf jeden Fall, wenn man jedes Mal anhaltet. Wenn jemand winkt oder mit ihr will reden, dann kommst du kaum vorwärts. Ähm, ich bin, in einer Nacht habe ich am Strand übernachtet, am Kaspischen Meer, am See. Und dann, ähm, haben mich zwei junge Bursten eingeladen. Für die nächste Nacht, ähm, bei ihnen zu übernachten, in der Nähe von Ast. Und, äh, ich habe ihnen dann angerufen. Und sie haben mich, ähm, drei Nächte dort geschlafen und zwei Tage mit ihnen verbracht. Sie haben mir sehr viel gezeigt und, äh, ja, für mich gekocht und gesorgt und, ähm, alles gezahlt. Ich habe, also, einmal musste ich ihm wirklich sagen, also, jetzt will ich wirklich etwas selber zahlen. Ähm, oder für sie auch etwas zahlen. Also, man muss fast, man muss dafür kämpfen, weil sie, ich glaube, sie würde das Letzte ein Hemmchen geben. Und, äh, das sind zwei ganz schöne Tage gewesen. Ähm, zwei, ja, super nette Bursten. Von, vieram und drei Meter hinkriegen Und, ähm, natürlich, zwei Meter. Und, das war ein Thema, eine Reihung. Und, das hat, das hat richtig Spass gemacht. Und jetzt, heute, bin ich ein Stückchen weiter. Und, ganz hab's hier. oder ja, Hügelchen, dann habe ich wirklich gedacht, oh, finde ich echt etwas zum Schlafen. Dann habe ich schnell am Rand angehalten und dann ist ein Auto neben mir zu gefahren und hier drin habe ich gefragt, ob ich nicht echt Lust habe, mit ihnen zu kommen, weil sie haben ja gerade eine BMW getroffen und es wäre toll, wenn ich, ja, wenn ich mit ihnen dort oben bringen würde und dann, ja, habe ich sagen, ja, noch so gerne, ich weiss eh nicht, wo ich schlafe. Und ja, jetzt sitze ich hier, jetzt haben wir die eingeladen, zahlen immer höchst, denke ich wieder alles. Oder sie haben mir schon gesagt, es sei alles gezahlt. Ich habe jetzt hier ein Hotelzimmer, das eigentlich halb für, ja, für eine Familie wäre, es ist zweistöckig. Und ich bin nachher eingeladen für Mitteln ins Nachtessen. Ja, riesen Schwein. Und ja, super gastfreundlich. Und was soll ich mal sagen? Ja, mir geht es super, also ich geniesse es hier in Iran. Also wirklich, also die Leute, die ich bis jetzt gesehen und getroffen und mit ihnen geredet habe, ist einfach der Hammer. Ja. Ja, das sind so die knappen News. Und ich kann, glaube ich, das Filmchen auch jetzt auf YouTube stellen, weil die zwei Busten haben gezeigt, wie ich das kann, wie ich die Filter, dass man die Filter hacken kann. Mit einer App. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Adieu.